12. Mal wieder Neueinsteiger Mal gucken, wie viele Punkte er hat So, geht ja noch. Erste Runde Er wraps, Alter. Trotzdem Ah, nein, vorne. Leute, jetzt willst du zu B kommen Ja, erstmal hier jetzt A eingenommen So, wenn ihr auf einmal her Ah, fuck Bei der Wand, bei B. Der aimt ab Die Raps sind übertreudig Äh Vielleicht ist das schön, Alter Mann, fuck Ich brauch, Alter Ich nehm C ein Ich kann Wir verlieren Alpha Sichern Ziel Fuck Das ist hier einfach nur gefährlich, Alter 0-0-4-0, Alter So, ja Sie schützen sich übelst tot, hundertprozentig Na, jetzt haben wir ein paar mehr Halbzeit Vielleicht zu B, ne Herrschaft Sichern Alpha Der Feind hat sie Feindliche Drohne gesichtet Alfa ist abgesichert Scheiß Verdammt So kurz davor war das Ich bin noch drinnen Alter, ne, ich muss M8 spielen hier, Alter Ja Ihr müsst mal reinkommen, da ist einer bei B drin Habe eingekillt Direkt an dem Headstorm Ah, da sind noch mehr, da sind so ne Einsteiger fixer, Mann Ah Einer ist Bunker Feind hat Bravo eingenommen Don Achtung Feindliche Headstorm Scheiße, Mann Achtung Feindliche Vorräte von oben Was? Feindliche Vorräte über uns Na, cappt ja neben B Achtung Feindliches Raps Landeschiff Immer was Besichern Bravo Immer Reulig B gesichert Feindlicher Hater entdeckt Ja, jetzt haben wir ein Ding Ja, jetzt haben wir ein Ding Ja, genau Ich schiefe noch auf, Alter Ja, genau Die Leitung Kacke Cool Style Und das Ja, genau Da gibt's jetzt zwei Hits für da, K Einer kommt noch Ein Bunker Ja, genau LOL Haben wir Wraps und die haben auch Wraps Ja Wir verlieren Bravo Hellstorm unterwegs Oben ist einer Villa Wir verlieren B Oh ja B Verkündete Drohne nähert sich Vorräte unterwegs Feindliche Hellstorm über uns Hellstorm Ich weiß nicht, ob wir mit Double Caps noch zu gewinnen Ich weiß nicht, ob wir mit Double Caps noch zu gewinnen Feindliche Vorräte über uns Kommt Bunker, ne? Pass auf Jetzt müssen wir jetzt mal an meinen Sport Äh, an meinen Campern Punkt kommen, Alter Unsere Leute sind so Das ist offen Feindliche Kontordrohne in der Luft Radar Offline Unserer oder was da? Ja, das ist unserer Nein Versuchen wir mal wieder Bunker zu kommen, Leute, ne? Okay Voll mit Du willst einen Triple Cap machen oder meint ihr, wir schaffen das so? Nein, die spawnen uns wieder bei A Nein, die spawnen uns wieder bei A Wir schaffen das auch so Hm, knapp, ne? Wird ein enges Ding, aber ist besser so, finde ich Ja, wenn du genauso bleibt, dann gewinnen wir, glaube ich Ne, warte mal, wir brauchen uns 160 Ne, passt Oh, ich stippe nicht Spawn dir bei Bunker bei mir, die spawnen Bunker bei mir Okay, lass A einnehmen Ich geh C einnehmen Ich geh C einnehmen Ich hälfte bei A Wir nehmen C ein WALTER Ey, ich hab den Spornpunkt gesehen, Alter Die sind bei B, die sind bei B Wir haben so viel igel Einner hat gerade 2, 3 Burst geschluckt, so 2 von am mindestens zu trocken und der 3 hat halb getroffen Verbrechete Kontrohne näherzicht, Alter Speil, Tansche ist weg 5 sichern wieder wieder sein neuer einstieg aber solche leute hasse wir haben sie wieder jetzt könnten wir gewinnen vorräte unterwegs hatte sich verbündete drohne nähert sich vorräte unterwegs ich hab alles klar die sind bunter gewesen wächter eingesetzt verbündete konnte ohne nähert sich verbündeter geist unterwegs verbündet unterwegs alle orte gesichert position und einem haus oder was einer kommt hat verlieren sie nehmen sie ist eine das ist von von diesen schneefeld jahr zu berlin weißt du was ich mein 50 prozent ich muss sagen das heißt cut geht auf a verbündete kontradrohne nähert sich nein nein irgendwas war da komisch ich glaub ich hab eigentlich keine die die sind wir auf jeden fall position halten ja wir verlieren alpha ich kann grad gar nichts machen wir verlieren c verbündete drohne nähert sich die dominieren die was mega guck mal wir drehen zungen ähm game um alter die hatten übel die punkte ja die hatten glaub ich die kontradrohne wurde eliminiert ja voll wenig gibst du zu hundert oder was du wieso alter fuck hier kommen will er wahrscheinlich pass auf wir dürfen nicht die einen hinter auf 10.000 foes übernommen wir müssen ihn pass aufpassen villa ne wir müssen hier auf double cap halten das ist jetzt wichtig dass wir die führung haben nein wir verlieren bravo wir sind bei bravo rein da ich hab da ein paar gekillt ich glaub die haben ja die haben es nicht mehr die kommen rechts rum zwei stück drei stück rechts rum da ist kein ehemann die villa drinnen unten Achtung feindliche drohne nähert sich mit der weile habe ich richtig mit dem operationsgebiet sichern sie wir haben alpha verloren das gewinnen wir das ding sehr schön charlie ist abgesichert alter cross web das ding geworfen Jabbar konter drohne nähert sich floren-energie level bei 5% zurück zur basis gesicht da hinter uns ne hinter uns ne gern sehen wir muhahahaha gedreht gerundes richtig stark gedreht alter krass alter aber richtig Guck mal, wir mussten auch Triple Cap machen, sonst hätten wir es nicht geschafft. Ja, hast schon recht. War echt knapp, oah. Ja, mit der Knache brauchst du echt Start Aim, Alter. Ohne Mist. Die CDP bleibt stark. Ich hab mir jetzt auch schon jemand da reißen, ich kann die auch schon nehmen. Ich mach mir gleich mal ein Klasse damit. Yeah. Crisis. Crisis fehlt hier. Was ist da los? So. Mal auf dem Podest? So. War nicht ganz so gut. Zwischenzeitlich auf die M8 umschalten. So. So. So.